Das ist der letzte Matcher Athletiker Matisse gegen der Weißler Krag Oh Gott Hast du nicht gesagt gegen WSG? Nein, WSG spielt gegen Real Madrid Arte Aufgabe Ja, man hat das Vertrauen in diese 11 Man hat ja auch keine andere Glockenzeuge oder vielleicht schon dem werden viele augen gerichtet sein unter dieser Wer spielt da? Ich glaube, Athlete gespielt daheim, gell? Das heißt, wie es laht aus, wenn's da? FLETCHER! Mal schauen, ob der ausspielt im neuen FIFA Oja! Das ist jetzt gewesen! Aber stark! Kakao! Keine Angst! Oja! Na, HDD ist sichtlich nervös! Stark! Das gleiche frage ich mich jetzt gerade bei DVI auch! DVI ist sicher! Ja! 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 Ja da sieht man wer will und wer will nicht so wirklich. Hat da Atletico gar kein unterschätzt die ersten 45 Minuten. Atletico will schon. Na zeigen wir uns das ja. Das ist in allen Bällen zweiter. Das verstehe ich aber nicht. Das verstehe ich gleich alle vom Platz. Kommt gleich einmal der Mannschaft die es besser ist. Ja verkackt von vorn bis hinten das scheiß Knie alter. Bewegt euch ein bisschen. Macht zwar so alter. Renns ihr Wichser. Puh starke erste Hauptzeit Kerkau. Voll ein Fletcher. Ja der ist alt. Der hat nicht mehr so viel Chancen den Champions League zu gewinnen. Wiesler ist natürlich die große Überraschung hier bislang. Könnten aber natürlich noch mehr überraschen. wäre es besser. Ich glaube er hat sich ausgeschenken. Der hat nicht mehritchens. Der schießt wieder nicht. Der hat nicht mehr in den Karrieren. Der hat nicht mehr so viel Geschenk oder nicht mehr durchgeführt. Der ist gleich in der Karrieren. Man kann eben in der Karrieren. Der hat nicht mehr so viel ценiert. Der hat nicht mehr in der Karrieren. Der hat nicht mehr durchgeführt. Der hat nicht mehr genug. Der ist ja auch in der Karrieren. Der hat nicht mehr zu tun. Das ist alles in der Karriere. Doch der hat nicht mehr diese Anonymous. Dann ist das natürlich nicht mehr so viel أ学en. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020